Das Wetter auf Radio Today. Am Abend und in der Nacht ist der Himmel klar oder höchstens locker bewölkt. Und die Zeit 19 Uhr und 20 Minuten. Gleich gegen halb acht die Open Line. Und alle, die jetzt noch einkaufen müssen, nach Neuperlach zum PEP fahren. Bitte. Das Wetter auf Radio Today.